Gibt es in der Gesellschaft eine Angst, und zwar den eigenen Status zu verlieren? Was wichtig ist, und das glaube ich ist gerade wichtig für Parteien, diesen sozialen Abstieg bildet sich die Mittelschicht nicht ab ein, sie steigt tatsächlich ab, die Mittelschicht schrumpft. Zumindest gilt das für Deutschland. Ich werde in meinem Vortrag ziemlich viele Zahlen aus Deutschland benutzen, nicht weil ich aus Deutschland bin, sondern weil die Daten in Deutschland besser sind als in Österreich, und für viele Vorgänge in Österreich schlicht die Statistik fehlt. Wo es Daten aus Österreich gibt, werde ich die aber auch benutzen. Aber in Deutschland gibt es einen Datensatz, der einmalig in der Welt ist. Das heißt, also für die, die sich auskennen unter Ihnen, das ist das sozioökonomische Panel, wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung erhoben. Und der Trick daran ist, dass man jährlich 12.000 Haushalte befragt, und zwar immer die gleichen Haushalte, seit 1984. Das heißt, man kann eben sehr gut sehen, was ist aus den Leuten über die Jahre eigentlich geworden. Das ist einmalig in der Welt, und dieser Datensatz wird international auch sehr stark genutzt. So, und dabei kommt eben raus, 1998 zählten in Deutschland noch 64,3 Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht, und zehn Jahre später, 2008, waren es nur noch 58,7 Prozent. Das lässt sich auch in Köpfen ausdrücken. 2008 gehörten noch 47,7 Millionen Bundesbürger der Mittelschicht an, und das waren 4,6 Millionen weniger als 1998. Das heißt, mehr als die Hälfte von Österreich, wenn man das mal umrechnen will, ist in Deutschland aus der Mittelschicht verschwunden. Man weiß auch, wo diese Menschen geblieben sind. Fast niemand ist aufgestiegen. Die allermeisten sind abgestiegen. 2008 gehörten in Deutschland schon 22,5 Prozent zu den sogenannten einkommensschwachen Haushalten. Man spricht ja nicht mehr gerne von Armut, sondern das wird jetzt etwas euphemistisch umformuliert. Und 1998 waren das eben erst 17,7 Prozent. Das heißt, es geht eben rauf in der Armutsquote in Deutschland um 5 Prozent. So, jetzt fragen Sie sich vielleicht, zu welcher Schicht Sie zählen. Und das wurde ja schon angesprochen, dass Sie wahrscheinlich alle Mittelschicht sind. Aber das können Sie jetzt nochmal ein bisschen nachrechnen. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zählt zur Mittelschicht, wer zwischen 70 und 150 Prozent des mittleren Nettoeinkommens hat. Und ohne da jetzt in die Details zu gehen, halte ich diese Definition für sehr plausibel. Das klingt natürlich jetzt wahnsinnig technisch, aber umgerechnet bedeutet das eben, in Deutschland gehört ein Single zur Mittelschicht, wenn er zwischen 1.130 und 2.420 Euro im Monat netto zur Verfügung hat. Also da sind die Steuern und die Sozialabgaben alle abgezogen. Und Sie in Österreich haben ja auch das 13. und 14. Monatsgehalt. Das ist in Deutschland nicht so üblich. Das müssen Sie also umlegen auf die zwölf Monate. Und ja, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber müssen Sie jetzt mal im Kopf rechnen. Und das ist jetzt, wie gesagt, für ein Single. Es geht immer um Haushalte. Es ist natürlich klar, dass ein Haushalt mit zwei kleinen Kindern wesentlich mehr Geld braucht, um nicht zu verarmen. Das wird in dieser Statistik auch berücksichtigt. Also bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern sind es zwischen 2.370 und 5.080 Euro netto im Monat. So, jetzt sind Sie in Österreich, vielleicht glauben Sie es nicht, reicher als wir in Deutschland. Auch das mittlere Nettoeinkommen liegt höher. Also für Sie, es gibt aber keine Zahlen, die wertbar wären, aber Sie müssten so ein bisschen auf die Zahlen aufschlagen und dann könnten Sie sich mal überlegen, zu welcher Schicht Sie gehören. In Deutschland ist das oft so, dass wenn die Leute diese Zahlen hören, sie empört sind. Und zwar gerade Singles regen sich oft auf, wie ich auch schon aus meiner eigenen Bekanntschaft festgestellt habe. Und die sagen dann immer, was das denn für eine völlig schwachsinnige Statistik sei, wenn man mit 2.500 Netto schon zur Oberschicht gehören würde. Also sozusagen sich oberhalb der Mittelschicht befinden würde. Denn viele Lehrer verdienen in Deutschland 2.500 Euro netto. Und die haben aber das Gefühl, ja, ich kann mir ja gerade meine Wohnung, mein Auto und meine Ferien leisten. Wieso bin ich dann schon sozusagen bei den Gutverdienern? Das ist aber kein Irrtum der Statistik, sondern die logische Konsequenz aus der Spaltung der Gesellschaft. Der Witz ist, je reicher die Reichen wirklich werden, desto weniger gehört dazu, sozusagen über das mittlere Nettoeinkommen zu springen. Denn das sinkt ja tendenziell. Jetzt ist aber die Frage, jetzt muss ich mal wieder blättern, warum steigt die Mittelschicht ab? Oft denken die Leute, das hat irgendwie was mit der Arbeitslosigkeit zu tun. Aber Sie selbst hier in Österreich wissen ja, bei Ihnen herrscht fast Vollbeschäftigung und trotzdem gibt es diese Unruhe unter der Bevölkerung, dass irgendwas nicht stimmen kann. Und das stimmt auch. Die Mittelschicht steigt ab, weil die Reallöhne sinken in Deutschland, beziehungsweise in Österreich weitgehend stagnieren, während die Firmengewinne explodieren. So jetzt nochmal Zahlen aus Deutschland, dann aus Österreich, dafür gibt es nämlich Zahlen. In Deutschland war es so, dass 2009 Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Durchschnitt 2922 Euro im Monat verdienten. Das ist jetzt brutto. Und es sind auch nur die Vollzeitbeschäftigten drin, weil Teilzeitkräfte ja jede Statistik ruinieren. So, jetzt lachen die Teilzeitkräfte hoffentlich, genau. So, das waren 118 Euro mehr als 2006. Also umgerechnet war das ein Plus von vier Prozent. Klingt erstmal gut, doch da ist ja die Inflation noch nicht eingerechnet. Und die war in der gleichen Zeit kumuliert bei ungefähr sechs Prozent. Das heißt, innerhalb von nur vier Jahren, zwischen 2006 und 2009, haben die Arbeitnehmer in Deutschland real zwei Prozent verloren. So, in Österreich, wie gesagt, ist alles ein bisschen sonniger. Da ist es so, das habe ich aus dem Sozialbericht von 2011, also dem österreichischen Sozialbericht, zwischen 2003 und 2008 sind die Reallöhne der Vollzeitkräfte um 3,1 Prozent gestiegen. Nur, Sie können sich das ja vorstellen, die oberen 20 Prozent haben starken Anstieg und die unteren 60 Prozent haben verloren. Aber sozusagen, wenn man alles zusammenrechnet im Durchschnitt, plus 3,1 Prozent. Ist besser als in Deutschland, eindeutig. Nur muss man sehen, dass in genau der gleichen Zeit die Wirtschaft in Österreich um 15 Prozent gewachsen ist. Das heißt, von einem Wachstum von 15 Prozent sind bei den Arbeitnehmern nur 3 Prozent angekommen. Der Rest ist an die Unternehmer gegangen und an die Leute, die Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden kassieren. So, das ist ein langfristiger Trend in Österreich. Also, um das nochmal ein bisschen länger aufzufächern. Das habe ich jetzt, diese Zahlen habe ich von Herrn Martha Bauer. Kennen Sie ja wahrscheinlich fast alle. Von 1995 bis 2010 war es so, dass das österreichische Wirtschaftswachstum real bei 35 Prozent lag. Und dabei ist aber die gesamte Lohnsumme, also das, was die Arbeitnehmer insgesamt verdient haben, hat nur um 23 Prozent zugenommen. Auch da können Sie sehen, es gibt eine enorme Lücke zwischen dem, was bei den Unternehmern landet und was bei den Arbeitnehmern ankommt. So, das ist nicht nur ungerecht aus meiner Sicht, sondern muss es auch sehen, dass man da ein historisch völlig neues Phänomen beobachten kann. Und das besteht darin, dass selbst im Boom die Reallöhne nicht mehr steigen. Das ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, auch ungewöhnlich in Österreich und auch einzigartig in Europa. Das wurde ja schon angesprochen für Österreich, in Deutschland ist es noch schlimmer. In keinem anderen Land geht die Schere zwischen Arm und Reich so schnell auf wie in Deutschland. Natürlich gibt es immer noch Länder, in denen es deutlich ungerechter zugeht als in der Bundesrepublik oder in Österreich. Also Sie müssen nur nach Mexiko oder Portugal gucken. Und umgekehrt gibt es natürlich Gesellschaften, die auch noch egalitärer sind, also beispielsweise Skandinavien. Was aber an Deutschland und an Österreich auffällt, ist die Dynamik, die Geschwindigkeit, mit der die Mittelschicht verliert. Das heißt, die Mittelschicht hat Recht, wenn sie sich als Opfer fühlt. Aber die Frage ist eben, von wem? So und beispielsweise für die FPÖ ist die Antwort ganz einfach. Es sind angeblich nutzlose Einwanderer, Muslime und Osteuropäer, die die Mehrheit der Gesellschaft aussaugen. Die Idee von Strache ist, ohne diese ganzen Ausländer würde es den Österreichern besser gehen. Und deswegen gibt es ja auch diesen Spruch Österreicher zuerst. Das ist der entscheidende ideologische Kniff. Die Idee ist nämlich, die Armen sind die Ausbeuter. Und das ist sozusagen eine völlige Umkehrung dessen, was früher gedacht wurde. Früher dachte man ja, dass die Reichen die Ausbeuter sein müssten, sonst wären sie ja nicht so reich. Ein ganzes Volk strengt sich an, alle arbeiten und auf wundersame Weise landet dann aber das Volkseinkommen nur bei wenigen. Jetzt wird gesagt, nein, es sind nicht die Reichen, es sind die Armen. An dem eigentlichen Mechanismus, dass sich seltsamerweise alles bei den Reichen landet, hat sich aber gar nichts geändert. Das Vermögen ist bei ganz wenigen Familien konzentriert. Jetzt komme ich erstmal nochmal Zahlen aus Deutschland, dann aus Österreich. In Deutschland ist es so, dass das oberste eine Prozent, also das reichste Hundertstel, bereits 23 Prozent des gesamten Volksvermögens hat. Das ist eine vorsichtige Schätzung, vielleicht sind es auch 33 Prozent, niemand weiß es genau. Die obersten fünf Prozent haben 46 Prozent und das reichste Zehntel kommt bereits auf knapp 62 Prozent. Das heißt, wenn die obersten zehn Prozent 62 Prozent des gesamten Volksvermögens haben, dann können Sie sich ja vorstellen, dass für den großen Rest fast nichts mehr übrig bleibt. Und genau so ist es, die unteren 70 Prozent, also die gesamte Unterschicht und eigentlich auch die gesamte Mittelschicht, kommen gemeinsam auf 9 Prozent des Volksvermögens. Wobei es ja so ist, das können Sie sich denken, dass bei den Unterschichten sowieso gar kein Besitz vorhanden ist, sondern meistens Schulden und auch bei der Mittelschicht ist eben nicht viel vorhanden. Das liegt natürlich daran, liegt nicht nur daran, aber liegt auch daran, dass das, was Sie alle wahrscheinlich, wenn Sie so jetzt Ihre Besitztümer durchgehen, gar nicht als Besitz zählt. Also zum Beispiel Ihr Auto wird nicht gezählt, denn das wäre viel zu mühsam jetzt rauszufinden, wie viel Ihr fünfjähriger VW noch wert ist. Oder Ihre ganzen Möbel, Ihre Sitzgarnitur wird alles nicht mitgezählt, ist viel zu anstrengend. Oder Ihr Kühlschrank, nicht? Alles sozusagen die gesamten Möbel und Ausstattungsgegenstände, die Menschen so haben, zählen in der Vermögensstatistik nicht mit. Wenn Sie sich aber gleichzeitig überlegen, dass sehr viele Menschen zur Miete wohnen, dann ist ja klar, dass all diese Menschen eigentlich im Sinne der Statistik nichts besitzen. Bei diesem Vermögen, das erhoben wird, geht es nur um Finanzvermögen, also Bankkonten, Lebensversicherung, Aktien und natürlich Immobilien. So, vor diesem Hintergrund kommen jetzt die Zahlen in Österreich und ganz ehrlich, Sie sind noch schlimmer als in Deutschland. Es gibt überhaupt gar keine Daten in Österreich, die man irgendwie verwenden könnte. Das geht so weit, dass selbst die Nationalbank dann am Ende gezwungen ist, Pressemitteilungen von McKinsey zu zitieren. Nein, im Ernst. Und McKinsey hat dann aber mal ausgerechnet auf der Basis ihrer Quellen, denn die haben ja einen besseren Zugang zu den Banken und so weiter als die Nationalbank, dass ungefähr 0,5 Prozent der Österreicher 33 Prozent des Geldvermögens haben. Aber wie gesagt, genau weiß man es nicht. Ich zitiere jetzt nochmal den Sozialbericht vom Februar 2011, Kapitel 14, sehr interessant, Vermögensverteilung in Österreich, geschrieben von der Nationalbank. Da kommt ein Satz immer wieder vor, damit man ihn nicht überliest. Der kommt vorne vor, hinten vor und in der Mitte. Und ich zitiere den jetzt mal. Wie gesagt, die Nationalbank. In Österreich gibt es keine umfassende Erhebung oder andere Datenquellen, die eine Analyse der Vermögensverteilung zulassen würden. Das heißt, hier herrscht das komplette Nirvana. Was man allerdings weiß, es gibt Einzelindikatoren. Zum Beispiel interessant ist ja, wer macht welche Erbschaften. Und da kommt raus, dass zwei Prozent der Österreicher 40 Prozent der Immobilienerbschaften machen. So, wenn Sie jetzt sich vorstellen, also Sie wissen das ja, viele haben Eigenheim, in Österreich auch mehr als in Deutschland. Wenn man das alles weg abzieht, dann ist klar, dass zwei Prozent in Österreich alle Immobilien haben, die wirklich Geld bringen. Also die Mietimmobilien, also Hochhäuser und so weiter, die man vermieten kann und die gesamten Gewerbeimmobilien. Das heißt, allein daran, an dem Immobilienbesitz oder so weit man das über die Erbschaften rückschließen kann, der lukrative Immobilienbesitz in Österreich ist extremst konzentriert. Und die Schätzungen gehen eben dahin, dass zehn Prozent der Österreicher 69 Prozent des Volksvermögens haben. Das heißt, Sie sind hier noch stärker konzentriert als die Deutschen. So, jetzt würde man ja eigentlich denken, dass die Mittelschicht sich über die Privilegien der Reichen erregt. Aber nein, wie schon gesagt, die meisten überlegen sich dann stattdessen lieber, dass die Ausländer schuld sein müssen. Das ist natürlich besonders tragisch, weil die Mittelschicht ja eigentlich Macht hätte. Sie schrumpft zwar in Deutschland, aber wie gesagt, sie hat immer noch 58,7 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, sie stellt die breite Mehrheit der Wähler. Und faktisch, das werden Sie aus Österreich auch kennen, hat die Mittelschicht sogar noch mehr Macht, weil die Unterschicht ja meist gar nicht erst zur Wahl geht. Das heißt, die Mittelschicht entscheidet jede Wahl, was alle Parteien ja auch genau wissen. Also sie alle, jede Partei versucht, die sogenannte Mitte anzusprechen. Hier in Österreich, glaube ich, ist das dann auch nicht so explizit. Aber in Deutschland war es ja so, dass die SPD dann um die neue Mitte gekämpft hat. Und auch die jetzige Koalition, die wir haben, die schwarz-gelbe Regierung, ist zur Wahl angetreten mit dem Slogan Koalition der Mitte. Das ist eben das eigentliche Phänomen. Die Mittelschicht hätte die Macht, die Gesellschaft so zu gestalten, dass es ihr selbst blendend geht. Doch das wurde ja schon in der Einleitung angesprochen. Es passiert genau das Gegenteil. Permanent stimmt die Mittelschicht für Reformen in der Steuer- und Sozialpolitik, die ihr selbst schaden und nur den Reichen nutzen. So, das soll ja jetzt hier kein Pro-Seminar über den deutschen oder österreichischen Sozialstaat werden. Daher nur ein paar Beispiele. Weil sie hier von der SPÖ sind, ein paar Beispiele ausgerechnet aus unserer rot-grünen Regierungszeit zwischen 1998 und 2005. Was da ja auffiel, war, dass ausgerechnet Rot-Grün den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent gesenkt hat. Und wie der Name Spitzensteuersatz ja schon sagt, ihn zahlen nur die Spitzenverdiener. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das waren 11 Prozentpunkte, was ist das schon? Aber tatsächlich war es eben eine historische Zäsur. Denn die moderne Einkommenssteuer, so wie wir sie kennen, wurde 1920 eingeführt. Und damals lag der Spitzensteuersatz bei 60 Prozent. Und in dieser Höhe blieb er auch in Deutschland durch alle historischen Wirren hindurch. Selbst unter Ex-Kanzler Helmut Kohl, den man ja jetzt nicht als Sozialist einstufen würde, lag der Spitzensteuersatz immer noch bei 56 Prozent. Bis dann eben ausgerechnet ein SPD-Kanzler namens Gerhard Schröder kam, dem auch plötzlich einfiel, dass 42 Prozent doch eigentlich auch reichen. Und interessant war ja auch, wie er sich inszeniert hat. Er hat sich als Genosse der Bosse gegeben mit Zigarre und Brioni-Anzügen. Man kann also nicht sagen, dass er die Wähler getäuscht hätte. Nein, ganz offen hat er das Motto zur Schau getragen, Reichtum ist geil. Und was es noch schlimmer macht, es wäre ja gar nicht fair, nur Schröder und der SPD das Steuergeschenk für die Reichen anzulasten. Alle Parteien haben damals mitgemacht. Die Grünen als Koalitionspartner und die FDP und die CDU saßen im Bundesrat, der zustimmungspflichtig war. Also waren ganz offensichtlich alle Parteien der Meinung, dass die Mehrheit der Wähler unbedingt die Reichen beschenken will. Und es war ein Geschenk, solche Steuererleichterungen sind nicht umsonst zu haben. Sie waren sehr teuer, allein die rot-grünen Steuerreformen haben Deutschland ungefähr 60 Milliarden gekostet und zwar im Jahr. 60 Milliarden fehlen jedes Jahr wieder, also wir regen uns jetzt immer auf über die Kosten der Euro-Krise. Die sind aber deutlich billiger, also jede Rettung Griechenlands ist billiger pro Jahr als die Steuergeschenke für die Reichen. So, ich will Ihnen jetzt nicht damit langweilen, was alles noch in Deutschland passiert ist. Was wichtig ist, irgendwann reichte das Geld nicht mehr und dann musste die Mehrwertsteuer erhöht werden, von 16 auf 19 Prozent. Denn irgendjemand muss ja den Staat finanzieren, die Schulen, die Straßen, die Bildung, die Pflege, die Bundeswehr. Aber der Witz an der Mehrwertsteuer ist eben, dass die alle zahlen und alle zahlen den gleichen Satz. So, der gleiche Wahnsinn ist in Österreich zu beobachten. Sie wissen, sie haben keine Vermögensteuer, sie haben keine Erbschaftssteuer, sie haben dieses sehr seltsame Stiftungswesen. Um das nochmals darzustellen, wie das in Österreich ist, die Lohnsteuer bringt 21 Milliarden. Die Vermögensteuern und auch, wo ich jetzt schon reingerechnet habe, was die Selbstständigen zahlen, also plus die Einkommenssteuer der Selbstständigen, bringt 7 Milliarden. Der Anteil der Löhne am gesamten Volkseinkommen sind aber nur 65 Prozent. Das heißt, Sie können ausrechnen, dass der Anteil der Löhne am gesamten Steueraufkommen ist viel, viel größer als das Aufkommen derjenigen, die Kapitalerträge haben. Gleichzeitig ist es aber umgekehrt so, das wissen Sie alle, dass jeder, der Vermögen hat, viel reicher ist als die, die arbeiten. Das heißt, nicht nur, dass die Vermögensverteilung in Österreich extrem ungerecht ist, noch ungerechter ist das Steuersystem. Wieder würde man denken, dass sich die Mittelschicht aufregt und sie regt sich auch auf, Sie kennen das. Jedes Familienfest wird irgendwann zum Stammtisch, an dem sich dann alle Verwandten darüber erregen, wie angeblich unfähig die Politiker seien. Keine Mittelschicht ist so lamoyant wie die Mittelschicht. Aber das ist wichtig, sie ist eben nicht Opfer, sondern Täter und wirkt an ihrem eigenen Abstieg mit. So, und hier kommt dann immer wieder der gleiche Einwand, der läuft ungefähr so. Ja, aber Wahlen bringen doch nichts. In Wahrheit würden doch die Lobbys in den Hinterzimmern der Macht klandestin agieren. Und eine Variante von dieser Idee kam heute auch schon in den Vorträgen vorher. Da wurde gesagt, ja, wir können ja nichts machen, die Medien sind konservativ, die berichten nicht, was wir wirklich finden und sagen. Und dazu würde ich gerne sagen, ich bin ja Journalistin, es stimmt, dass die Medien viel Macht haben, aber dabei wird vergessen, dass sich die Medien verkaufen müssen. Medien drucken, was ihre Leser lesen wollen. Keiner zwingt die Österreicher die Kronenzeitung zur größten Zeitung in Österreich zu machen. Das ist noch nicht mal eine Abonnementzeitung. Die Leute, glaube ich, die Leute entscheiden sich am Kiosk die Kronenzeitung zu kaufen. Das heißt, da steht nur drin, was die Leute lesen wollen. Und ähnlich ist es bei den Lobbyisten. Ich würde niemals bezweifeln, dass Lobbyisten viel Einfluss haben. Aber ihr Einfluss ist nicht grenzenlos. Sie von der SPÖ wissen das. Es gibt eine Sollbruchstelle. Jeder Politiker will wiedergewählt werden. Das heißt, wer die... Und das gilt vor allen Dingen für die Hinterbänkler. Also die Minister und so, die sind ja eigentlich gut abgesichert. Wer mal Minister war, findet auch einen lukrativen Job in der Wirtschaft. Aber die ganzen kleinen Abgeordneten, die niemand kennt, die wollen ja wiedergewählt werden. Und in Deutschland haben wir ja gerade das Phänomen, dass die FDP sich genau ausrechnen kann, dass sie nicht wieder auf 14 Prozent kommt, sondern wenn sie Glück hat, wird die FDP nochmal in den Bundestag einziehen. Da kann man sich ja vorstellen, was los ist. Bei all den Abgeordneten, die sich jetzt ausrechnen können, dass sie ihren Job verlieren. Das heißt, Politiker werden niemals etwas tun, was den Wahlsieg gefährdet. Das heißt, wenn Lobbyisten ihre Interessen durchsetzen wollen und die Interessen einer kleinen, reichen Minderheit durchsetzen möchten, dann müssen sie die Emotionen der Mehrheit behören. Lobbyisten sind nur erfolgreich, wenn sie auf das Selbstbild der Mittelschicht zielen. Sie müssen deren Träume und Hoffnungen ansprechen, deren Ängste und Vorurteile bedienen. Konkret, wenn Lobbyisten Steuersenkungen für die Reichen durchbringen wollen, dann müssen sie der Mittelschicht das Gefühl geben, dass sie ebenfalls zur Elite gehört. Man muss die Mittelschicht zum Selbstbetrug animieren. Und es mag ja zunächst erstaunlich sein, dass es überhaupt möglich sein soll, der Mittelschicht einzureden, dass auch sie zu den Reichen gehört. Denn das haben wir ja schon gesehen, reich ist die Mittelschicht nicht, die Reallöhne stagnieren und viel Vermögen hat sie auch nicht. Wie kann man also eigentlich dieser Mittelschicht das Gefühl geben, dass sie der Elite trotzdem ganz nah sei? Und da glaube ich eben, dass drei Mechanismen ineinander greifen. Der erste und wahrscheinlich wichtigste, kam auch schon in den Reden vor, vor allen Dingen zur Bildungspolitik, ist die vehemente und grenzenlose Verachtung für die Unterschicht. Nicht in der sich angeblich entweder nur Dumme tummeln, die auf gar keinen Fall mit dem eigenen Kind aufs Gymnasium dürfen, oder eben Sozialschmarotzer aus dem Ausland, die eigentlich nur hier sind, um sich in die soziale Hängematte zu setzen. Dieses Gefühl, dass die Unterschicht nicht zur Gesellschaft gehört und dass man selber als Mittelschicht irgendwie was Besseres ist, weil man ja nicht Unterschicht ist, führt zu einer absolut gefährlichen sozialen Hydraulik, könnte man sagen. Das läuft so, jeder in der Mittelschicht, der einen normalen Job hat und arbeitet, dessen Kind auf dem Gymnasium ist, denkt sich, okay, ich bin nicht Unterschicht, also muss ich ja schon Oberschicht sein. Ich bin ein Leistungsträger der Gesellschaft, ich gehöre und bin Elite. So, das führt zu dieser Idee, der endgültige Aufstieg muss doch ganz nah sein. Und das führt zu dem zweiten Mechanismus, der für Sie in der Bildungspolitik natürlich auch zentral ist. Die Mittelschicht glaubt immer noch an die eigene Karriere. Sie fühlt sich fast reich, sie ist nicht fast reich, aber sie fühlt sich so. Sehr aufschlussreich war eine Umfrage, die die Bundesregierung in Deutschland mal gemacht hat, als ihr dritter Armuts- und Reichtumsbericht 2008 erschien, dazu gab es so Begleitforschung. Und da wurden die Bundesbürger schlicht gefragt, was eine sehr intelligente Frage war, was Sie sich eigentlich unter Reichtum vorstellen. Das ist ja ein schwammiger Begriff, was ist reich? Wenn Sie sich das jetzt mal selber vorstellen, ab wann beginnt für Sie Reichtum? Da kam jedenfalls raus, bei fast allen beginnt der Reichtum knapp oberhalb des eigenen Einkommens. Also, ja, wenn Sie 1.500 Euro verdienen, dann sagen Sie, ja, reich ist, wenn man 2.000 Euro hat. Oder wenn Sie 3.500 Euro haben, dann sagen Sie, ja, dann ist das bei 4.500 Euro. Weil die Leute denken sich immer, ja, wenn ich reich wäre, dann würde ich mir was leisten, was ich mir jetzt nicht leisten kann, also eine Urlaubsreise oder ein Auto oder noch irgendein Möbelstück. Was ganz wichtig ist und viel erklärt in dieser Gesellschaft, das funktioniert bei den Reichen genauso. Wenn jemand zwei Millionen hat, dann sagt er nicht, ich bin reich. Dann sagt er, ja, der Reichtum beginnt bei drei Millionen. Und das führt dann zu dieser sehr seltsamen Konstruktion, die man überall besichtigen kann. Es gibt eine extreme Klassengesellschaft, aber alle haben subjektiv das Gefühl, dass sie Mittelschicht sind. Die Reichen haben das Gefühl und die Armen auch. So, das heißt, wenn man sagt, ja, der Reichtum ist nur ein bisschen oberhalb von meinem Einkommen, dann ist ja klar, dass man sich denkt, okay, ich muss mich nur ein bisschen anstrengen oder meine Kinder müssen sich ein bisschen besser machen, als ich mich gemacht habe. Und schon hat man es geschafft, schon gehört man auch zur Elite. Und dieser ökonomische Aufstieg erscheint vielen auch deswegen so naheliegend, weil sie ja bereits einen Aufstieg erlebt haben, einen Bildungsaufstieg. Es gibt zwar immer noch Arbeiterkinder, das will ich ja gar nicht leugnen, die nicht vorankommen. Aber ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass viele ehemalige Arbeiterkinder es doch irgendwie geschafft haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an sich selbst denken oder an Ihre Familie und was Ihre Großeltern waren, dann ist es natürlich in vielen Familien so, dass die jetzige Generation besser ausgebildet ist als die vorherigen. Also man hat Abitur gemacht, man hat studiert. Viele Leute erleben auch einfach den Umzug vom Land in die Stadt als Aufstieg. Also wenn man früher Bauer war und jetzt irgendwie mit Realschulabschluss in der Bank arbeitet, dann ist natürlich die Frage, ob das ein echter Aufstieg war. Aber es ist egal, das wird so erlebt. Man hat ja jetzt einen guten Job in der Stadt. Und weil alle dann so stolz sind auf Ihre eigene Leistung, und das sind Sie ja auch zu Recht, übersehen Sie das entscheidende Paradox. Noch nie waren die Deutschen oder Österreicher so gut ausgebildet wie heute. Es ist die bestausgebildete Kohorte aller Zeiten, die auf dem Arbeitsmarkt ist. Und trotzdem stadieren die Reallöhne. Es ist also ganz offensichtlich nicht so, dass sich ein höherer Bildungsabschluss in höhere Löhne umsetzt. Was aber fast alle in der Mittelschicht glauben. Wenn ich jetzt hier so ökonomisch argumentiere, dann möchte ich nicht, dass Sie denken, ich halte Bildung für überflüssig oder so. Das wurde ja schon gesagt und das glaube ich auch. Bildung ist ein Menschenrecht und es geht da auch um Freiheit. Aber mein Thema ist ja jetzt hier sozusagen die Verteilungsgerechtigkeit und wie Gesellschaft wirkt. Ich will jetzt nicht sozusagen die ganze Bandbreite der Bildungspolitik abarbeiten. Viele Leute denken ja, das müsste dann irgendwie in der Globalisierung liegen, dass sie plötzlich so wenig verdienen. Aber daran liegt es nicht. Denn die Gewinne der Firmen explodieren ja, wie die gigantischen Profite belegen, so dass man eigentlich sagen kann, es gäbe genug zu verteilen. Aber ein Phänomen, das Sie bestimmt auch kennen, obwohl Sie ja alle in der Gewerkschaft sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Viele in der Mittelschicht sind es nicht schlicht zu fein, in einer Gewerkschaft engagiert zu sein. Das ist aus Ihrer Sicht ja nur was für die Arbeiter und für die Unterschicht. Nicht in der Mittelschicht kämpft jeder lieber für sich selbst. Schließlich ist man ja gut ausgebildet. Was wieder zu interessanten Fehlschlüssen führt. Ich glaube, dass es ein wesentlicher Mechanismus ist, dass viele in der Mittelschicht wissen, dass zum Beispiel die DAX-Manager, also die wichtigsten Vorstände der Aktienunternehmen in Deutschland, dass sie alle einen Universitätsabschluss haben. Das sind alles Betriebswirte, Ingenieure und Juristen. So, daraus folgert dann die Mittelschicht, okay, ich muss ja nur Betriebswirtschaft studieren, dann kann ich auch DAX-Manager werden. Und das ist einfach falsch. Es ist zwar so, dass ein Hochschulabschluss nützlich für die Karriere ist, aber er reicht bei weitem nicht aus. Genauso wichtig und noch viel wichtiger ist die richtige Herkunft. Also in Deutschland haben Untersuchungen gezeigt, dass die Container-Manager fast immer aus einer kleinen Oberschicht stammen, die nur 3,6 Prozent der Bevölkerung umfasst. Das heißt, die Elite rekrutiert sich aus sich selbst. Und genau das gleiche Phänomen haben Sie in Österreich. Es wurde schon durchgezählt, von den fünf größten Unternehmen werden vier von Angehörigen der Oberschicht geleitet. Nur ein Beispiel, Sie kennen sie alle. Der erste Bankchef, Andreas Treichel, hatte einen Vater, der ebenfalls Bankchef war. Und was ich dann wirklich frech finde, aber in Österreich keinerlei Reaktion ausgelöst hat, ist jemand, der Bankchef wird, weil sein Vater auch schon Bankchef war, sich hinstellt und sagt, alle Politiker seien feige und blöd. Da muss man sich doch mal fragen, was aus Andreas Treichel geworden wäre, wenn er nicht Treichel geheißen hätte. Diese Frage wird aber interessanterweise nie gestellt. Sondern es wird irgendwie geglaubt, dass sich Leistung vererbt. So ist es sehr gängig, eine Parallelwelt in der Unterschicht zu beklagen. Also alle wundern sich immer, wie das sein kann, dass die Kinder aus der Unterschicht auch in der Unterschicht landen. Ja, da kann man nur sagen, bei der Oberschicht ist das genauso. Auch die hat sich in einer Parallelwelt eingerichtet. Wer aus der Oberschicht stammt, wird in der Oberschicht bleiben. Und die eigenen Leistungen sind da eher unerheblich. Also es wurde schon geguckt. Was passiert eigentlich aus Kindern in der Oberschicht, die in der Realschule bleiben? Also ich weiß jetzt nicht, Sie haben ja andere Namen für die Schulen, aber Sie können das sicher übersetzen. Was machen die, die einen deutschen Realschulabschluss haben? Nicht, dass Sie mich missverstehen, das ist ja jetzt nichts Schlimmes oder ehrenrühriges. Aber es stellte sich raus, dass das keine Folgen hat. Weil wichtiger als die eigene Leistung war dann, wen Sie heiraten. Und ja, die haben natürlich dann auch alle wieder Kinder aus der Oberschicht geheiratet. Das ist übrigens ein sehr erfreulich, auch sehr lustiger neuer Forschungszweig in der Soziologie, die Paarsoziologie. Wer heiratet eigentlich wen? Und da kommt natürlich raus, wie alles, was bisher schon gesagt wurde, Deutschland und Österreich sind sehr statische Klassengesellschaften, die wenig echten Aufstieg zulassen. Und die Frage ist natürlich, warum fällt das eigentlich nicht auf? Und das führt zum dritten Mechanismus, der auch wichtig ist. Die Reichen, und vielleicht am wichtigsten, ich weiß es nicht, die Reichen rechnen sich systematisch arm. Österreich und Deutschland sind sehr, sehr reiche Länder. Aber versuchen Sie mal einen Reichen zu finden. Das ist unmöglich. Also jeder Reiche leugnet beharrlich, dass es ihm gut geht und noch extremer hält sich für das eigentliche Prekariat. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Sie die auch alle, Gloria von Thurn und Taxes, haben Sie von der mal gehört? Ja. Also kommt selber aus dem Uradel und hat dann eben den Fürst Thurn und Taxes geheiratet, der inzwischen schon verstorben ist. Aber jedenfalls hat sie dann mal in der Zeit, auch diese Wochenzeitung wurde ja schon zitiert, 2006 ein Interview gegeben. Und wenn man in der Zeit, das liest ja dann ganz Deutschland, ein Interview gibt, dann will man sich da ja nicht lächerlich machen. Das heißt, man sagt ja nur Sachen, die man ernsthaft glaubt. Und in diesem Interview hat Gloria von Thurn und Taxes gesagt, ja, sie würde auch zur Mittelschicht gehören. Dazu muss man wissen, dass ihr Sohn, der Erbprinz, eine Milliarde Euro hat. Und die Begründung von Gloria von Thurn und Taxes war aber, ja, die, die wirklich reich wären, die würden gar nicht mehr in Deutschland leben, sondern im Ausland. Und dann hat sie natürlich noch gestöhnt, wie teuer die Gärtner bei ihrem Schloss in Regensburg sind. So, aber subjektiv kann man Gloria von Thurn und Taxes sogar verstehen. Denn ihre Schwester hat einen Flick geheiratet und die hat drei Milliarden. Das heißt, da sehen Sie wieder, ich meine, das klingt schon wie eine Karikatur, aber subjektiv hat natürlich Gloria von Thurn und Taxes das Gefühl, dass sie eigentlich arm ist in dieser Familie. Nur trotzdem, für uns, auf uns wirkt es natürlich wahnsinnig. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich passieren? Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass über den wahren Reichtum der Reichen so wenig bekannt ist, dass sie dann auch sich selber subjektiv alle arm rechnen können. In der Statistik klaffen immense Lücken. Erstmal ein Beispiel für Deutschland, damit Sie das verstehen, wie das läuft, dann nochmal für Österreich. Also in Deutschland gibt es eine sehr, sehr aufwändige Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, wie das heißt, erhoben vom Statistischen Bundesamt, die alle fünf Jahre 60.000 Haushalte befragt. Und sozusagen, wenn es um Hartz-IV-Sätze geht und so weiter, die zentrale statistische Grundlage ist. Einziges Problem an dieser Statistik, es werden keine Haushalte erfasst, die über ein Nettoeinkommen von mehr als 18.000 Euro im Monat verfügen. So, jetzt können Sie natürlich sagen, ja okay, wer hat schon 18.000 Netto im Monat? Das ist ja sowieso keiner. Und es stimmt, das ist nur ein Prozent der Bevölkerung. Das wirkt wie eine Bagatelle. Doch wie schon gesagt, dieses eine Prozent hat wahrscheinlich 23 Prozent des Volksvermögens. Es könnten aber auch 33 Prozent sein. Das heißt, eine Statistik, in der es um Vermögen geht, wo das oberste eine Prozent fehlt, können Sie schlicht in die Tonne treten. Und in Deutschland ist es so, dass da nicht Milliarden aus der Statistik verschwinden, sondern Billionen. Ich meine, aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung weiß man, wie viel die Deutschen ungefähr haben, nämlich 10 Billionen an Immobilien und an Finanzvermögen. Aber wenn man unten bei den Haushalten fragt, wie viel sie haben, dann kommen nur 6 bis 7 Billionen wieder an. Das heißt, es fehlen 3 Billionen, von denen keiner weiß, wo die sind. Und in Österreich läuft das Spiel ganz genauso. Nur ein Beispiel, Sie haben ja diese Stiftung, nicht? Die Nationalbank weiß ganz sicher, dass da mindestens 26 Milliarden sind. Mehr weiß die Nationalbank nicht. Sie kann das sozusagen nur von unten als Bodensatz schätzen. Der Raiffeisenverband dann näher dran ist, weil er ja diese Kunden betreut, sagt, da seien aber mindestens 60 bis 80 Milliarden. Was natürlich erst mal dreimal so viel ist. Und zweitens können es dann ja auch 100 Milliarden sein. Das heißt, man weiß im Ernst überhaupt nicht, was sich in diesen Stiftungen abspielt. So, nur weil der eigentliche Reichtum so anonym ist, kann es überhaupt zu dieser sehr merkwürdigen Diskussion über die Managergehälter kommen, die in Deutschland und auch in Österreich mehrfach im Jahr aufflammen. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Es gibt absolut keinen Grund, warum DAX-Chefs 7 Millionen Euro im Jahr verdienen. Dafür müssten Sie, das habe ich mal ausgerechnet als normale Angestellte, 213 Jahre arbeiten. Das heißt, Sie hätten schon zu Zeiten Napoleons anfangen müssen. Das ist also Wahnsinn. Aber was an dieser Debatte eben erstaunt ist, dass eine wesentliche Tatsache völlig aus dem Fokus gerät. Aktionärsschützer haben ausgerechnet, dass die Bezüge der Manager nur 1,48 Prozent des Konzerngewinns ausmachen. Oder anders gesagt, wenn man das jetzt, das habe ich mal für 2011 ausgerechnet, 2011 haben die DAX-Unternehmen in Deutschland 100 Milliarden Euro Gewinn gemacht und die Manager, alle Vorstände zusammen, haben ungefähr eine Milliarde gekostet. So, jetzt sind alle dabei, sich über diese eine Milliarde aufzuregen, aber keiner fragt, wo bleiben eigentlich die anderen 99 Milliarden? Das heißt, man regt sich nicht über die Reichen auf, sondern über ihre Angestellten Handlanger, die Manager. Ich habe das Gefühl, dass da sich immer so ein Klassenkampf innerhalb der Angestellten-Schicht abspielt. Kleine Angestellte wie wir ärgern sich, dass Großangestellte wie die Manager mehr haben. Aber es geht völlig verloren, dass das eigentliche Geld an die Vermögenden, an die Besitzenden geht. So, und diese fehlgeleitete Ignoranz der Mittelschicht ist natürlich bequem für die Reichen. Ungestört können sie sich arm rechnen, während sich die Mittelschicht für fast reich hält. Und heraus kommt eben jene fatale Allianz, die zu Steuersenkungen führt, von denen nur die Privilegierten etwas haben. So, und Steuern gelten sowieso, das werden Sie kennen, als die allerletzte Zumutung. Und es ist eben ein Kavaliersdelikt, das zeigt der Erfolg von Stronach nochmal. Es gilt als Kavaliersdelikt, wenn man Steuern hinterzieht. Den kann man doch wählen, wenn er in der Schweiz sitzt. Und das liegt daran, dass in der Mittelschicht der Glaube sehr weit verbreitet ist, dass der Staat eben sowieso nur den angeblichen Sozialschmarotzern aus der Unterschicht zugutekommt. Ich meine, der FPÖ-Chef Strach hat das mal in einem Interview gesagt. Da hat er gesagt, unser Steuergeld haben wir nur in die Zuwanderungspolitik gesteckt. Dann kommt plötzlich die Idee auf, der Staat ist nur für die Unterschichten da. Es wird völlig vergessen, was ja Sie vor allen Dingen betrifft, dass damit auch die Schulen, die Bildung, die Pflege, Gesundheit, Straßenbau und so weiter finanziert wird. Interessiert alles überhaupt nicht mehr. Der Staat wird denunziert als sozusagen eine Interessensvertretung der Armen. Und dann hat die Mittelschicht das Gefühl, okay, wenn nur die Armen hier profitieren, dann können wir ja die Steuern senken. Ist auch ganz egal, wie viel ich davon bekomme. Mir reichen 50 Euro. Und es wird vergessen, dass andere Millionen sparen. So, und diese kollektive Dummheit ist nicht neu, sondern neuer Dummheit, das wurde auch schon angesprochen, muss ja auch noch eine Finanzkrise verarbeitet werden. Und wie zu erwarten ist das bisher gründlich schief gegangen. So, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, obwohl Sie das jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr hören können. Aber das reichste Zehntel in Österreich besitzt 70 Prozent des Volksvermögens. So, und in der Finanz- und Euro-Krise wird natürlich genau dieses Vermögen durch den Staat gerettet, der Milliarden aufwendet, um die Banken und die Konjunktur zu stützen. Wobei beides wichtig ist, die Bankenstützung und die Konjunkturstützung. Wenn man die Konjunktur sozusagen von unten unterstützt als Staat, dann haben davon natürlich die Unternehmen auch einen enormen Profit, denn die machen dann ja die Gewinne. Und in Österreich ist die Finanzkrise ja nicht ausgestanden. Sie wissen ja alle, dass Sie noch auf riesigen Krediten in Osteuropa sitzen, die alle faul werden können. 200 Milliarden sind da noch im Feuer. Die, falls es zu einer Bankenkrise in Osteuropa kommen sollte, natürlich, Sie werden es sicher wissen, dann am Ende vom österreichischen Staat aufgefangen werden. So, und was eben besonders ärgerlich ist, ist natürlich, dass auf diese Weise die Finanzkrise und die Euro-Krise für die Besitzenden zu einem doppelten Geschäft wurde. Denn es ist ja nicht nur so, dass das Vermögen gerettet wurde. Der Staat musste ja auch Schulden aufnehmen. Sie alle wissen, dass die Staatsverschuldung um ungefähr 20 Prozentpunkte gestiegen ist. Und diese Kredite wurden ihm natürlich wieder von den Vermögenden gewährt. Wer soll das denn sonst machen? Die dafür Zinsen verlangen. Es ist also so, dass sich die Besitzenden es sich auch noch bezahlen lassen, dass ihr Vermögen gerettet wurde. So, und um diesen Unsinn abzustellen, muss man noch nicht einmal besonders kreativ werden. Es reicht ein Blick in die Geschichte. Also es gab ja, das werden Sie wissen, ab 1929 eine ähnliche Weltwirtschaftskrise, die auch sehr stark damit einherging, dass die Banken zusammenbrachen. Und dann hat man vier Jahre rum experimentiert und dann ist man aber auf die richtige Lösung gestoßen. Das hieß damals New Deal erfunden und begonnen vom US-Präsidenten Roosevelt. Viele Leute kennen den New Deal nur als Konjunkturprogramm. Das war es auch. Aber die Frage war ja immer, wie finanziert man dieses Konjunkturprogramm? Und das hat man nicht nur, aber ganz wesentlich auch über die Steuern gelöst. Und am Ende lag der Spitzensteuersatz in den USA bei 79 Prozent und die Erbschaftssteuer bei 77 Prozent. So, und das Ergebnis war nicht das Ende des Kapitalismus, wie Sie wissen, sondern ein immenses Wirtschaftswachstum, das sogar den Reichen zugute kam, obwohl sie ja so viel Steuern zahlen mussten. So drastisch müssten die Steuersätze diesmal gar nicht steigen, denn, das wissen Sie auch, damals war ja noch ein zweiter Weltkrieg zu finanzieren. Aber die Lehre aus dem historischen Experiment namens New Deal ist immer noch hochaktuell. Gerade der Kapitalismus mitsamt seinen Finanzkrisen kann auf Dauer nur funktionieren, wenn die Reichen angemessen Steuern zahlen. Und angemessen ist sehr hoch. Da kann man ruhig 60 Prozent verlangen, das ist nicht frech. Obwohl Ihnen natürlich Herr Strohnach sagen wird, dass er keine Fair-Tags. Sie werden sich das nicht fragen, aber viele Leute fragen sich das dann. Ja, und wen soll ich jetzt wählen? Denn die Ratlosigkeit ist ja zu verstehen. Das Problem ist ja, dass letztlich alle Parteien mehr oder minder das Gleiche wollen. Denn alle Parteien zielen ja auf die gleiche Schicht, nämlich auf die Mittelschicht. Und Sie wissen das auch, auch die SPÖ hat an der falschen Politik mitgewirkt. Und deswegen ist die Frage falsch gestellt. Es geht gar nicht darum, die passende Partei zu finden, sondern das passende zu denken. Es ist nicht so, dass Parteien führen, sondern sie folgen ihren Wählern. Nur mal so angenommen, wenn jetzt die Mittelschicht, wenn Sie hier in Österreich das Gefühl hätten, plötzlich wollen alle einen höheren Spitzensteuersatz. Oder was in Österreich besonders noch viel wichtiger wäre, eine völlige Transparenz bei den Einkünften. Wenn das plötzlich Mehrheitsmeinung wäre. Sie könnten sicher sein, dass sich alle Parteien überschlagen und überbieten würden, diesen Wunsch zu erfüllen. Und zwar innerhalb von einer Woche. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht utopisch vor. Deswegen würde ich jetzt noch gerne zwei Beispiele aus Deutschland aus anderen Bereichen anführen. Ein Beispiel ist sehr berühmt geworden. Sie werden sich erinnern. Deutschland nach Fukushima ist innerhalb von einer Woche aus der Atomkraft ausgestiegen, obwohl vorher, erst ein halbes Jahr vorher, die Laufzeiten der Reaktoren verlängert worden waren. Und wir haben 17 Reaktoren. Sie in Österreich haben ja kein einziges, aber wir hatten 17. Und davon wurden acht innerhalb von einer Woche stillgelegt. Fertig aus. Vier Konzerne konnten in die Röhre gucken. Das war natürlich ein mutiger Schritt von Kanzlerin Merkel, wenn man so will. Aber sie wusste eben, dass die Mehrheit der Deutschen gegen Atomkraft ist. Das war schon immer so. Also die Mehrheiten in Deutschland gegen Atomkraft waren stabil. Aber was sich eben geändert hatte, war, dass jetzt klar war, dass das wahlentscheidend wird. Dass, wenn sich nichts tut bei der Atomkraft, 62 Prozent eine andere Partei wählen. Also schwupp, waren die AKWs ausgestellt. Jetzt werden Sie sagen, man kann ja nicht immer auf Fukushima warten. Vor allen Dingen, was sollte das Fukushima in der Steuerpolitik sein? Deswegen noch ein ganz harmloses Beispiel, das Sie vielleicht auch nicht mitbekommen haben. Aber die CSU in Bayern hat jetzt auch eine Frauenquote. Ja. Aber das Beste war, die Frauen in der CSU wollten gar keine Frauenquote. Sondern das war dann so, dass Horst Seehofer als Parteichef die Frauenquote einsam alleine durchsetzen musste gegen seine Frauen. Und was war passiert? Seehofer hatte Umfragen gelesen. Und in den Umfragen ist ganz klar zu erkennen, dass nicht alle, aber viele Frauen Parteien nicht mehr wählen, wo man keine Frau sieht. Also musste sichergestellt werden, und das stellt die Quote eben sicher, dass Frauen in Parteigremien vorkommen. Jetzt hat also auch die CSU eine Frauenquote. Und wichtig daran finde ich ist, kein einziger Mensch musste sich jemals auf die Maximiliansstraße in München stellen und ein Schild hochhalten, wo drauf stand, Frauen in die CSU. Denn wie wir ja wissen, ist es so, dass die Mittelschicht nicht gerne demonstriert. Und schon gar nicht will die Mittelschicht wie die Occupy-Leute irgendwie monatelang vor der EZB kampieren im Schlamm. Also man muss es schon sagen, und da nehme ich mich ausdrücklich ein, die Mittelschicht hat es gerne bequem. Aber das ist eben die gute Nachricht, man muss auch gar nichts machen. Man muss nur das richtige denken und in den Umfragen sagen, was man will. Das reicht schon. Das heißt, die entscheidende Frage wäre eben, wie wahrscheinlich es ist, dass die Mittelschicht langsam aber sicher mal erkennt, dass ihr Interesse ein starker Staat ist und eine hohe Besteuerung der Reichen. Das müssen Sie selber entscheiden, ob es da Grund für Optimismus gibt. Ja, vielen Dank.